Area 51 – Einer der geheimsten Orte auf dem Planeten und die Heimat von vielen bizarren Verschwörungstheorien über Aliens und UFOs. Hier sind 11 der faszinierendsten Fakten über diesen geheimnisvollen Ort. Nummer 11 – Es ist eine US-Luftwaffenanlage Area 51 ist Teil einer US-Luftwaffenanlage in Nevada, die als Zentrum für Forschung, Entwicklung und Prüfung von Waffen und militärischen Flugzeugen dient. Der Ursprung des Namens der Area 51 ist unklar, aber es wird angenommen, dass er aus der Netzreferenz der Atomkommission stammt. Die Luftwaffenanlage ist nur 6 mal 10 Meilen groß, aber von einem eingeschränkten Luftraum von fast 25 Meilen umgeben und ist auf der Groom Lake Salzfläche zentriert. Von Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1918 war der Groom Lake ein Standort für den Bergbau für Blei und Silber. Im Jahr 1942 begann die US-Luftwaffe das Gebiet als Ausbildungsstätte zu nutzen. Die Regierung verwandelte es in das Indian Springs Auxiliary Field No. 1 um. Dieser weite, offene Raum war ein nützlicher Bereich für Pilotenausbildungen, sowie die Prüfung für Bomben und Artillerien während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele Geheimwaffen wie Tankkappenbomber und Spionageflugzeuge wurden hier getestet. Es beherbergte auch wichtige Arbeiten an der Entwicklung von Radarsystemen und heute ist das Gebiet ein Zentrum der modernsten militärischen Entwicklung. Während des Kalten Krieges wurden gefangene feindliche Waffen wie sowjetische MEG 21 Düsenjäger für Forschungszwecke hierher gebracht. Weil der US-Besitz dieser Flugzeuge ein Geheimnis war, wurden sie alle in der Area 51 getestet. Nummer 10 Es ist Teil einer größeren nuklearen Testanlage Area 51 ist Teil der Nevada Testanlage, die von 1951 bis 1992 stark für nukleare Tests verwendet wurde. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Region um die Indian Springs als potenzieller Standort für Nuklearwaffenuntersuchungen anerkannt. Im Jahr 1951 verwandelte sich die Basis von Luftausbildungen zu der Luftausbildung spezieller Waffenzentrumsforschung und Entwicklung. Es diente als eine wichtige Unterstützungsbasis für mindestens zwei amerikanische Nuklearwaffentests. Im Südwesten der Region sitzt die Yucca Mountain Nuklearabfalldeponie. Nummer 9 Die Regierung verweigert ihre Existenz Bis vor kurzem war die Area 51 noch nicht einmal offiziell anerkannt. Jahrzehntelang erhielt die Area 51 keine offizielle Anerkennung, bis das Areal 1997 endgültig freigegeben wurde. Die Freedom of Information Act Anfrage dauerte Jahre, bis endlich einige Informationen erhalten wurden. Die CIA erkannte offiziell die Area 51 Existenz im Jahr 2013 und veröffentlichte 355 Dokumente, die die Existenz der Basis und ihre Rolle während des Kalten Krieges einschließlich einiger Operationen bestätigt. Nummer 8 Befreiung von den Umweltvorschriften Eine Gruppe aus zivilen Auftragsnehmern hatte einst versucht, die Umweltschutzbehörde im Jahr 1994 wegen der hohen Gehalte an Dioxin, die Benzofuran und Trichlorytülen, die in den Körpern nach Inhalation toxischer Chemikalien in der Area 51 gefunden wurden, zu verklagen. Sie erlitten Haut- und Leberschäden und einige starben sogar an der toxischen Aussetzung. Aber 1995 unterzeichnete Präsident Bill Clinton eine Verordnung. Eine ähnliche Tat wurde später durch seinen Nachfolger George W. Bush durchgeführt. Was die Klage angeht, erklärte die US-Luftwaffe das Vorzeigen der Beweise der Auftragnehmer, Informationen zu klassifizieren daher als nicht zulässig. Wenn es um Chemikalien und die Umwelt geht, darf Area 51 im Namen der nationalen Sicherheit alles tun, was sie wollen. Was auch immer in der Basis vor sich geht, es ist wichtiger als das Leben und Wohlergehen der dort arbeitenden Menschen und ihrer Familien. Nummer 7 Paradiesfarm Der Area 51 wurde einmal den Spitznamen Paradiesfarm gegeben, um somit Mitarbeiter heranzulocken. Inmitten einer kargen, brennenden Wüste wäre es nur normal, dass einige Regierungsbeamte nicht in der Area 51 arbeiten wollen. Die Gegend ist voller Staub und Sand und meilenweit von jedem Dorf und jeder Stadt entfernt, um dort leben zu können. Um trotz allem Leute heranzulocken, nannte die Unternehmensführung scherzhaft das Gebet Paradiesfarm, welches vor allem junge und unschuldige Angestellte und ihre Familien anziehen sollte. In den frühen 60er Jahren entstand die Area 51, ausgestattet mit einem Fitnessstudio, Kino und Baseballplatz. Nummer 6 Extreme Geheimhaltung Area 51 ist für die extremen Maßnahmen bekannt, die zur Aufrechterhaltung der Geheimhaltung aller Operationen in seinen Einrichtungen benötigt wird. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, einen Eid für die Geheimhaltung zu leisten. Es wird gesagt, dass die Gebäude innerhalb des Komplexes meist fensterlos sind, wodurch die einzelnen Gruppen keine Ideen für die Besonderheiten der anderen mitbekommen sollen. Bauunternehmer und Militärpersonal werden zu und von der Anlage durch Passagierflugzeuge befördert, die von einem privaten Terminal am McCarran-Flughafen in Las Vegas abfliegen. Die Flugzeuge sind bekannt als Janet, die für Just Another Non-Existent Terminal stehen. Sowohl zivilen als auch unabhängigen militärischen Flugzeugen ist es verboten, in den Luftraum der Area 51 einzudringen. Im Jahre 1974 fotografierten Astronauten an Bord der Skylab-Raumstation der Vereinigten Staaten zufällig Bilder der Area 51. Der Vorfall löste eine nationale Sicherheitsdebatte aus und die CIA entschied, das Bild nicht der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Deklassifizierte Dokumente zeigen, dass der Groom Lake und Area 51 die einzigen Orte in der Welt waren, die als zu empfindlich empfunden wurden, um fotografiert zu werden. Nr. 5 Alien-Verschwörungstheorien Die enorme Geheimhaltung der Umgebung der Area 51 hat zu einer Vielzahl von Verschwörungstheorien über die Aktivitäten, die hinter den Toren der Militärbasis vor sich gehen, geführt. Die häufigste Anschuldigung ist, dass die US-Regierung Aliens und Alien-Technologien beherbergen. Das Gebiet wurde von verschiedenen Verschwörungstheoretikern als ein Ort identifiziert, in dem Forscher UFOs und Alien-Lebensformen studieren. Dies schließt das Alien-Handwerk, die angeblich in Roswell im Jahr 1947 abgestürzt ist, ein. In diesem Jahr veröffentlichte das Armee Luftfeld in Roswell eine Pressemitteilung, welche berichtete, dass ein nicht identifizierbares Flugobjekt entdeckt wurde und Zivilisten ein Objekt am Himmel gesehen hatten, das einer Scheibe glich. Später nahm die Armee ihre Aussage zurück, jedoch hatte die Presse davon schon Wind bekommen und es weiter ausgebaut. Die Roswell-Legende und Alien-Geschichte wuchs und erreichte ihren Höhepunkt in den 70er-Jahren. Bis zum heutigen Tag glauben viele noch an den Fund eines außerirdischen Raumschiffs und an die Entdeckung von Aliens. Es gibt auch Ansprüche auf verlorenes Videomaterial, das anscheinend die Autopsie eines toten Aliens in der Area 51 aufzeichnete. Nummer 4 Ehemalige Mitarbeiter haben die Alien-Theorien bestätigt. Im Jahr 1989 fügte ein Mann namens Bob Laser noch mehr Unfug in die Alien-Geschichte der Area 51 hinzu, indem er behauptete, ein Physiker zu sein, der in der Area 51 arbeitete und Zeuge von mindestens neun Alien-Raumschiffen wurde. In einem 1996 Dokumentarfilm mit dem Titel Dreamland behauptete ein 71-jähriger ehemaliger Maschinenbauer an einem fliegenden Disksimulator mit einem Außerirdischen namens J-Rod gearbeitet zu haben, der mit ihm telepathisch kommunizierte. J-Rods Existenz wurde weiter von Dr. Dan Burish, der behauptet ein Wissenschaftler zu sein, bekräftigt. Die Anmeldeinformationen und die Beschäftigungsgeschichte all dieser angeblichen ehemaligen Mitarbeiter sind jedoch nie bestätigt worden und ihre Forderungen wurden das Thema der Debatte und Entlarvung. 3 Weitere bizarre Theorien Abgesehen davon, dass angeblich außerirdische Lebensformen und Technologien beherbergt werden, gibt es mehrere andere bizarre Theorien. Es gab Behauptungen von Forschungsprogrammen, die darauf zielen, die Atmosphäre, die Kontrolle des Wetters, das Studium der Teleportation und auch die Zeitreise zu modifizieren. Es gibt auch Leugner der Mondlandung, die behaupten, dass der Film über die Apollo-Mondlandung in der Area 51 gedreht wurde, um die Welt zu beeindrucken und die Sowjetunion einzuschüchtern. Natürlich ist die Genauigkeit einer dieser Ansprüche nicht und wird wahrscheinlich auch nie bewiesen werden. Aber es sind wirklich faszinierende Theorien für diejenigen, die an solche Geschichten glauben. Nummer 2 Es ist eine beliebte Touristenattraktion Die große Menge an Verschwörungstheorien, die mit der Area 51 verbunden sind, hat Interessierte von UFOs und Alien-Enthusiasten aus der ganzen Welt angezogen. Es ist ein Interesse, das Nevada zu einer boomenden Tourismusindustrie heranwachsen ließ. 83 Meilen nördlich der glitzernden Lichter von Las Vegas werden Area 51 Touren, Hotels und Waren eifrig an Besucher verkauft. Im Jahr 1996 hatte der Staat Nevada offiziell seine State Route 375 als Extraterrestrial Highway in der Nähe der Gegend umbenannt. Die kleine Stadt Rachel, die sich entlang der Autobahn befindet, erhielt Kult und Berühmtheitsstatus für die Nähe zu Area 51. Allerdings ist den Besuchern und Touristen klar, dass die US-Regierung dieses Gebiet streng behandelt und abgrenzt. Zu jeder Zeit wachen Teams an Wachleuten im Umkreis über das Areal, welches auch mit Kameras und Bewegungssensoren gesichert ist. Nummer 1 Spionageflugzeuge und Tarnkappenbomber Durch die Ursprünge der Area 51-Assoziation könnten Alien-Lebensformen tatsächlich von entschiedenen terrestrischen Wurzeln stammen. In den 50er und 60er Jahren wurde der Groom Lake, der sich durch die Beziehung der Sowjetunion verschlechterte, zum Testgelände für das Projekt Aquatone der CIA und später für das Programm Oxcart. Dies waren Höhenaufklärungsflugzeugentwicklungsprogramme, die schließlich zur Produktion der U-2 und A-12 Spionageflugzeugen führte. Das Geheimnis um diese Projekte und die Notwendigkeit, diese im amerikanischen Luftraum zu testen, soll zu der hohen Anzahl an UFO-Entdeckungen in der Area 51 beigetragen haben. Nach den Dokumenten, die von der CIA im Jahr 2013 veröffentlicht wurden, wurden die Höhenflüge der Recon Flugzeuge mit ihrer unglaublichen Geschwindigkeit kombiniert und verursachten einen Dorn unter piloten kommerziellen Fluggesellschaften, welche auf niedriger Höhe fliegen müssen, wegen all den UFO-Berichten. Die Form des A-12-Rumpfes war breiter und scheibenförmiger wie die meisten, wenn aber auch noch Sonnenlicht auf das Titan reflektiert, erscheint es noch mehr aus dieser Welt. Aber CIA Dokumente besagen, dass sie weiterhin die Existenz der Area 51 und die Spionageflugzeuge verleugnen, stattdessen erklärten sie die Geschichte über die Trümmer von UFOs aus dem Himmel als fallende Wetterballons. Abgesehen von den U-2 und A-12 wurden mehrere Auftragsflugzeuge hergestellt, sowohl SR-1 und F-171 sowie Lockheeds D-21 Tagboard und F-117 Nighthawk Tarnkappenfliegerprojekte wurden alle entwickelt.